Eine Woche nach dem Absturz der German Wings Maschine in Frankreich ist die Bergung der Opfer abgeschlossen worden. Das teilte die französische Polizei mit. Bis Ende der Woche sollen alle Opfer identifiziert werden. Außerdem dauert die Suche nach dem Flugschreiber an, von dem sich die Ermittler wichtige Hinweise erhoffen. Die Chefs von Lufthansa und German Wings besuchen heute erneut die Absturzstelle in den französischen Alpen. Helfer und Ermittler. Jeden Morgen machen sie sich auf den Weg. Seit Tagen durchsuchen sie die Absturzstelle. Die Opfer seien alle geborgen, melden die französischen Polizisten. Aber die Suche nach Hinweisen nach dem Warum geht weiter. Am Abend eine Meldung der Lufthansa. Bei weiteren internen Recherchen stieß das Unternehmen auf alte E-Mails des Co-Piloten. Die Airline erklärt dazu schriftlich. Darin hatte er im Jahr 2009 als Flugschüler im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme seiner Ausbildung durch Übersendung medizinischer Unterlagen die Verkehrsfliegerschule über eine abgeklungene, schwere, depressive Episode informiert. Die Lufthansa wusste also von psychologischen Problemen des Co-Piloten. Dieser wurde an der unternehmenseigenen Verkehrsfliegerschule ausgebildet. Dass er nach gesundheitlichen Schwierigkeiten und Unterbrechung seiner Ausbildung trotzdem wieder ins Cockpit kam, ist für Experten nachvollziehbar. Dazu muss man wissen, dass nach dieser abgeklungenen Episode erneut ein kompletter medizinischer Check durchgeführt werden musste. Also ein Verfahren, was weltweit anerkannt ist, was weltweit einzigartig ist. Dieser sogenannte DLR-Test, der dauert mehrere Tage. Da geht es auch um eine psychologische Abklärung. All das musste er durchlaufen und danach wurde erst attestiert flugtauglich. Während des Unglücksfluges, das betont die Lufthansa immer wieder, habe der Co-Pilot ebenfalls ein vollgültiges Tauglichkeitszeugnis gehabt. Nun geht die Diskussion über Konsequenzen weiter. Insbesondere darüber, ob es für Piloten regelmäßige Psychotests geben muss. Konsequenzen